Wir haben, wie gesagt, gross gestuhlt, mit Abstand zwei Meter. Wir mussten sich anmelden. Wir konnten auf der Homepage ein Ticket lösen mit einer Sitzplatzdumme. Leute, die das nicht konnten, konnten sich telefonisch melden oder auch persönlich vorbeigehen. Gute Kontrollen, mit der Notellummern, E-Mail-Adressen von allen Leuten und wissen, wo sie gesessen sind. Wo haben wir die Schulnutzung? Es ging um den Gestaltungsplan, der umfliegt für das Gebiet am Seehunder. Hier haben wir 65'000 Quadratmeter, wovon die Gemeinde eine Hälfte hat. Wir haben den gesamten Plan zu kosten und die gesamte Risiken bis jetzt mit der Landräume, der Kanton und Gemeinde. Ich gehe mit einem guten, mit einem sehr guten Gefühl sogar nach Hause. Es war eine sehr positive Stimme, würde ich sagen. Es sind konkrete Fragen, konstruktive Fragen. Ich bin wirklich fertig. Ich bin wirklich fertig. Ich bin wirklich fertig. Untertitelung des ZDF, 2020